Moin Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellwohrwerf und weiter geht's wieder mit der Prinz Eugen. Und zwar mit Ausgabe 101. In Ausgabe 101 bekommen wir eine Messing Edzteilplatte. Und da ist einmal ein Decksbelag drauf. Und zwar für dieses Deck hier. Da wird dann in dieser Ausgabe auch schon dieser Decksbelag hier verklebt. Untertitelung des ZDF. Die Teile sind alle angebracht. Das mit dem Biegen hat auch ganz gut funktioniert. Auch können wir die fertige Ausgabe 101 hier wieder an Position stellen. Und siehe da, die Prinz Eugen wächst und wächst. Sind ja auch jetzt nur noch 39 Ausgaben. Ich hoffe, euch hat die kleine Ausgabe wieder gefallen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bei der Ausgabe 102 zum Beispiel. Und mir bleibt nur wieder nur zu sagen. Tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal bitte. Mädchen. Tschüss, macht'sug von Gustav feu Access screening. Leute, Leute.